Super Saison beim EZVAC, super tolle Leistung in der Nationalmannschaft, es gibt Gerüchte in den Medien, es gibt Gerüchte bei den Fans, andere Vereine haben Interesse an dir. Wie schaut es aus mit der Zukunft? Sehr gut, hoffentlich. Die Organisation ist super. Ich habe mich sehr gut eingekleppt in Klavenfurt, das Ding geht absolut in die richtige Richtung, die Organisation macht sehr viele Schritte in die richtige Richtung und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich die nächsten drei Jahre wieder ein Teil fahren muss. Super Saison beim EZVAC, super.